Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Aufnahme Nummer 2, die erste ist leider in den Müll geschmissen. Auf gut Deutsch gesagt, ja, verkackt. Und ja, ich möchte heute, was ihr bestimmt von unten im Titel lesen könnt, die ganzen Titantraben zeigen. Die Titantraben, die ich schon habe und die es halt neu gibt, und neu dazukamen oder hier recht auch dazu, auch neue Drachen dazukamen. Wieder schreckliche Schrecken. So, gucken wir erstmal, was hier alles so einen Titan gibt. Es gibt hier einmal den schrecklichen Schrecken, Konkel, Ziver, Leuchtender Fluch, Nader, Altraum, Donner-Trommler, Bröner-Tod, Flissern-Tod, Skrill, Knochen-Räuber, Sturmbrecher, Krallen-Krappler, Klingenpeitschling und Schneegeiß, die man in Titan machen kann. Und der neueste Drache, den man in Titan machen kann, ist der Schneegeiß. Und der Kopf sieht aus wie ein Hai. Wir sagen auch manchmal Hai-Fresse. Ja, weil das einfach so aussieht. So, ich habe, ups, mein, ich habe einen Titan-Natter. In Weihnachtsfarben. Dann habe ich noch einen Titan-Kronkel, den ich selbst auch noch habe. Dann habe ich noch einen Titan-Flissern-Tod. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen weiter runter gehen. Dann haben wir noch auch einer meiner Lieblingsdrachen. Aber nur einer meiner Lieblingsdrachen. Der Flissern-Tod, äh, Flissern-Brüllender-Tod. Sorry. Und dann mein absoluter Lieblingsdrache. Die möchte ich auch gerade mal aktivieren. Von allen Drachen ist das mein Lieblingsdrache, mit dem ihr mich sehr oft sehen könnt. Ja, mein leuchtender Fluch und es hängt sehr stark. Ich hoffe, man kann mich mal verstehen und nicht so rauschen oder so, wie beim letzten Video. Ja, ich liebe einfach meinen leuchtenden Fluch. Ich finde den einfach nur, ja, schön. Weil es einfach so eine kunterbunte Farbkombination ist. Was aber wiederum irgendwie alles zusammenpasst. Alles auf dem Haufen. Und trotzdem, wow finde. Den Drachen habe ich auch, seitdem ich ihn Titan gemacht habe und seitdem ich ihn so gefärbt habe, nicht mehr umgefärbt. Und, ja. So, dann gehen wir weiter. So, haben wir hier oben im Abteil nichts. Nope. So. Ich habe hier noch den riesenhaften Altraum im Titan. Und finde ihn in Titan schöner, als wenn er in Normal ist. Finde ich. Ups. Dann habe ich noch den Zipper in Titan. Das ist spontan, dass er in Titan ist. Weil eigentlich war es nicht geplant, dass er in Titan wird. Aber ich wusste nicht, was ich bei den Gates war und habe ihn aus Langeweile in Titan gemacht. Ja. So bin ich auch mal. Ich habe auch mal Langeweile. Dann habe ich noch den Klingpeitschicken Titan. Der ist noch in den Halloween Farben. Deswegen ist er hier auch noch orange. Den werde ich noch mal umfärben. Oder wenn ihr ihn so schön findet, dann kann ich ihn noch so lassen. Dann habe ich noch meinen Titan Grill. Den liebe ich einfach nur. Der ist auch sowas von gut beim Waisen. Wow. Dann habe ich noch einen Titan-Krallengrappler. Der Krabbiherdreist. Und jetzt habe ich noch ayudar, dass Ich bin jetzt hier mit dem Alter galgen. Aber ich habe noch einen Jaguar. Da meine ich борochen. Mit dem daspacken drüber. Ich muss noch im vergangenen. Immer wieder weiterufen. Ich? Ich habe geplant. Aber ich versuchelegt. Und ich glaube, hast du dieチ Blaikat hilft. Ich habe noch immer mit der creochen Anlage wiederumatersateurs. D z этом schnarcht, und meine bạn, Ah, sorry Leute, es hat wieder Wildstand gegeben bei mir, hat man bestimmt mir jetzt gesehen, so eine Minute lang, hab ich schon mal öfter, dass im Bildschirm 1 ist wie der Mondo, sonst kieße ich sogar alle 1-2 oder paar Sekunden schon das 1-2 Minuten Bildstand. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr mich jetzt gehört habt oder nicht, weil wenn ich dann das ganze Bildschirm stehen bleibe, dann ist meine Aufnahmebekommen auch stehen geblieben und dann rauscht es und fängt es auch. Und ja, so war ich den geblieben. Ich hab hier meinen Krallenkatter, den hab ich auch in Titan, dann mein absoluter Lieblingsname von all meinen Drachen, Fangkuchen, der ist einfach nur geil, den hab ich auch in Titan, der hier wurde vor kurzem umgefärbt, den Sturmkatter, ja Sturmkatter, den hab ich auch in Titan. Ich hoffe, man kann mich auch verstehen, wenn ich nicht zu leise rede oder so. Und dann hab ich noch den Knochenräuber, Knochen, die kleine Katze. Ich hab auch noch einen Sweezinger, der heißt wie die kleine Maus. Ich find den Namen einfach nur voll süß und ich bin froh, dass ich den nehmen kann oder konnte. Und ja, oh, den dran nehm ich mal, die 10. Na toll, ich soll den aktivieren, ich bin schlau. So, das waren alle meine Titan dran, die ich alle in Titan habe und überhaupt habe. Also den Schneegall und den Nachtterror, Nachtterror, wie kam ich jetzt auf Nachtterror? Die, ach, die schrecklichen Schrecken, die habe ich leider nicht, die Drachen und nur nicht mal in Titan. Die schrecklichen Schrecken kann man halt nur reißen, wenn die in Titan sind. Sonst sind das einfach nur ganz gewünschte und normale Haustrachen, wie man weiß, erkennt. Und ja, ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr gerne noch für ein Video sehen wollt. Ihr könnt mal Vorschläge schreiben, was ich machen soll, soll ich mit anderen zusammen aufnehmen oder nicht? Oder was soll ich machen? Soll ich Challenges machen? Wollt ihr etwas Bestimmtes sehen? Waisen, Inseln, meine Farben nochmal oder halt mein Haus, Hütte, Zufluchze. Oder wie man es nennt, oder so. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Und es hängt schon wieder. Ich hoffe, das ist auch jetzt nicht wegen meiner Mikrofonqualität auch genauso. Und ja, ihr könnt es unten in die Kommentare schreiben. Sonst, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach unten da, dann weiß ich, ob es euch nicht gefallen hat. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein und ciao.